Du warst in Norwegen, Gangster. Ich war letzte Woche in Dänemark, auch in Skandinavien. Warst du in Oslo? Wie sagen die da auch? Skoll, Skoll, Prost, Skoll! Gangster, gestern mit jemandem über dich geklatscht und jetzt heute getroffen. Das ist kein Zufall mehr, das ist MetaMind, Gedankenübertragung. Das ist kein Zufall mehr. Es gibt sowas wie, du denkst an jemanden, zwei Minuten später ruft er dich an, Gangster, ne? Das ist Gedankenübertragung. MetaMind, der Krieg beginnt hier. Das Gute wird gewinnen. Das Gute wird gewinnen. Das Gute siegt, denn wir sind die weißen Engel. Was? Was warst du in Norwegen, Digi? Geil. Und, wie warst du? Geil. Oh, schöne Frauen. Großblonde Frauen mit blauen Augen, ne? Schön, strahlend blau. Ohne Pille geschmissen haben. Ohne Pille geschmissen. So Teller gehabt, so Dinger. Gangster, erzähl mal was, die Fans. Warst lange nicht da. Warst lange weg. Kleine Pause angelegt. Heute ist Samstag. Was machst du? Graffiti Spray. Sprayboy. Cowboy Sprayboy. Grüß mal deine Leute bei YouTube. Grüß mal die Fans. Servus, was geht ab? Haihul auf die Wiesen. 2024. Ich werde ich genießen. Die Heiner Wiesen. Die ist am 25. Oktober. Geht's los, ne? Nächste, wo ist das eigentlich? Beim Messplatz oben. Da gehen wir hin, da drehen wir mal hin. Maus. Mach mal weg. Mach mal, um Bresel. Schweinswachsen. Und in den 90ern war DSF. Die Schmutzfinken warst du dabei. Die Schmutzfinken. Da warst du auch schon Gomez oder warst du jemand anderes? Oder warst du Gangbang, Gangbanzer, Gangs. Mach noch mal den hier, wie bei hinten bei der Linken. Gangs, bands, gangster, Jens, gangster. Mach mal irgendwas lustiges. Ist der Akku leer? Die Batterien sind leer. Wollst du los, Diggi? Nee, Brunsch. Okay. Wo mal die so schön rund gekleidet, wie so ein Papagei. Was, du warst in Norwegen, Diggi? Ich war letztens von Dänemark allein. So haben wir uns nicht gesehen. Du bist da mal geflogen, ne? Ja, safe. Da kannst du ja nach oben fährst, dann fährst du ja einen Tag noch. Du kannst über die Brücke nach Malmö fahren und dann von Schweden nach Norwegen hoch. Aber das dauert so lange, ne? Dann bist du ja einen Tag unterwegs, kriegst du. Und hier, Military Look. Das ist schon vorbereitet, wenn sie sich einziehen. Wenn der Ding. Wie heißt unser Bundesverteidigungsminister? Wie heißt er? Wie heißt denn der Verteidigungsminister? Das ist Pistorius. Wenn Pistorius den Schein nach Hause schickt, den Bundeswehrschein, Einzugsschein, kämpfst du dann für Dorwegen oder kämpfst du für Deutschland? Oder kämpfst du gar keinen vor den Schwachköpfen? Gangster, I love you, Gangster. In diesem Sinne, wir sehen uns, check's aus. Gangster, willst du noch was loswerden? Nein. Wir sehen uns, spätestens zu Weihnachten. Ja, spätestens zu Weihnachten, ja. Bei TV. Ich hab die Weihnachtsfrunkwester, was auch Sturm noch ist. Es ist zwar noch kein Weihnachten, aber die Geschenke kann jetzt schon ausgepackt werden. Ich hab die Weihnachtsfrunkwester. Von der, guck mal, da links die Strumpfhosenbau sie. Das ist ein geile Säge, ne? Die kommen an Weihnachten auch vorbei und bringt uns ein paar, da kannst du mal den decken Weihnachtssack auspacken, ne? Von uns. Und an Ostern gibt's die, an Ostern kann sie die Eier bemalen. Die sind, check's aus. TV. größte.